Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal. Diese Woche war ja wieder FOMC-Meeting und dann ist die Berichtssaison auch noch im vollen Gange und was ich aus dem FOMC-Meeting für mich selber mitgenommen habe und wie sich das auf mein Depot dann auswirkt, das erfahrt ihr jetzt gleich im Video. Bleibt also dran, es wird super spannend. Bis gleich. So viel Daten diese Woche, man weiß überhaupt gar nicht, wo man überall hinschauen soll. Die Berichtssaison, finde ich, läuft insgesamt ziemlich positiv. Gerade die Tech-Unternehmen haben doch sehr, sehr gut abgeliefert. Gestern dann noch Meta und Amazon. Vor allem Meta ist richtig durch die Decke gegangen, aber auch Amazon hatte ja richtig gute Zahlen und wenn man diese Aktien im Depot hat, dann kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Dann hat man auf jeden Fall mal alles richtig gemacht. In dem Video möchte ich jetzt aber nicht so stark auf die Berichtssaison eingehen, sondern auf das FOMC-Meeting, das am Mittwoch stattgefunden hat. Das heißt, sie möchte eine Flugebene nach oben gehen, das heißt eher auf die makroökonomische Ebene. Weil ich betreibe ja Optionshandel und das ist natürlich aktiver Handel und da ist einfach wichtig zu wissen, was läuft gerade allgemein, um so den Gesamtmarkt besser einschätzen zu können. Für die meisten Anleger, das heißt, die einfach langfristig unterwegs sind, spielt das, finde ich, eine untergeordnete Rolle. Das kann man sich natürlich schon auch anschauen, aber da ist natürlich viel, viel wichtiger, dass man einfach sich die Quartalsberichte der einzelnen Unternehmen anschaut, die man dann im Depot hat. Wenn man natürlich nur ETFs im Depot hat, dann spielt das natürlich auch keine große Rolle. Dann kann man sich entspannt zurücklehnen und irgendwas anderes machen. Das Ergebnis des FOMC-Meetings ist relativ schnell zusammengefasst. Die Zinsen wurden natürlich nicht gesenkt, aber das hatte natürlich auch jeder erwartet. Und in der Pressekonferenz hat der Jerome Paul dann aber auch noch gesagt, dass er nicht davon ausgeht, dass im März dann es zu einer Zinssenkung kommen wird. Und wenn man einfach mal auf das FAT Watch Tool schaut, dann sieht man, dass der Markt es auch mittlerweile eingepräscht hat. Das heißt, eine Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent, dass es keine Zinssenkung im März geben wird. Und die erste Zinssenkung wird dann für Mai erwartet, beziehungsweise dort liegt zumindest die höchste Wahrscheinlichkeit aktuell gerade. Ich bin mir da noch nicht so sicher, ob die wirklich auch im Mai kommen wird, aber dazu später mehr. Insgesamt war das Jerome Paul sehr zufrieden mit der Inflationsentwicklung. Gerade die letzten sechs Monate waren wohl sehr, sehr gut. Und da möchte ich auf eins hinweisen. Die Federal Reserve schaut ja immer auf die PCE Inflationsrate und ich in meinen Videos schaue immer auf die CPI Inflationsrate. Und wenn man so die Medien verfolgt, der wird in der Regel auch auf die CPI Inflationsrate verwiesen. Ich möchte nochmal hier kurz auf den Unterschied eingehen, weil der ist aktuell schon relativ groß. Wir sehen hier die PCE Inflationsrate auf 12 Monatsbasis und da ist tatsächlich so, dass die wirklich sehr schön zurückgelaufen ist. Die liegt aktuell bei 2,9 Prozent. Also das ist jetzt die Kernrate. Aber schaut man jetzt auf die CPI Kerninflationsrate, dann sieht man, dass die bei weitem nicht so schön zurückgelaufen ist. Und die liegt aktuell bei 3,9 Prozent. Das heißt 1 Prozent Unterschied zwischen diesen beiden Inflationsraten. Jetzt kann man sich natürlich erst mal fragen, wieso gibt es denn überhaupt zwei Inflationsraten? Die offizielle Begründung ist einfach, dass die PCE Inflationsrate die Inflationstendenz schneller abbildet. Und das liegt einfach an der Berechnungsmethodik. Weil der Warenkorb bei der PCE Inflationsrate ist weitaus dynamischer als bei der CPI Inflationsrate. Weil die Statistiker gehen einfach davon aus, dass Verbraucher gewisse Waren einfach ersetzen durch andere Waren. Wenn jetzt zum Beispiel der Kaffeepreis extrem steigt, dann kann es ja sein, dass viele Verbraucher dann einfach keinen Kaffee mehr kaufen, sondern dann einfach auf Tee umschwenken. Und das führt ja dazu, dass sich dann der Warenkorb verändert. Und diese Dynamik und diese Substituierung von Waren, die bildet der PCE Indikator deutlich dynamischer ab als jetzt die CPI Inflationsrate. Also das ist ein großer Unterschied. Ein anderer wichtiger Unterschied ist der Bereich Wohnen. Die Gewichtung im Bereich Wohnen ist bei der CPI Inflationsrate deutlich höher als bei der PCE Inflationsrate. Und dann erklärt sich das auch langsam, warum hier so einen großen Unterschied zum sehen ist. Weil schaut man sich mal die Einzelwerte an bei der CPI Inflationsrate, da sieht man, dass gerade der Bereich Wohnen relativ hohe Preissteigerungen aktuell noch hat. Und man sieht da im Endeffekt keine echte Entspannung auf der Inflationsseite bzw. auf der Preissteigerungsseite. Und das hat mich dann schon auch ein bisschen verwundert, warum das da Jerome Powell bzw. die anderen Notenbanker scheinbar einfach so hinnehmen. Ein anderer Punkt ist der Arbeitsmarkt. Da hatte Jerome Powell dann immer wieder erwähnt, dass der immer mehr ins Gleichgewicht wiederkommt und auch, dass die Lohnentwicklung langsam an Dynamik nachlässt und zu ihrem 2% Ziel passt. Und das hat mich doch mehr gewundert. Weil bei der letzten Sitzung, da kann ich mich noch ziemlich gut erinnern, war er noch der Meinung, dass die Lohnentwicklung ein wenig zu hoch wäre. Und der Meinung bin ich ja auch. Also die Lohnentwicklung in den USA sieht alles andere als besonders gut aus. Und ich finde, die passt überhaupt nicht zu dem 2% Inflationsziel, was sie sich ja selber vorgegeben haben. Und deshalb war ich sehr gespannt auf die neuen Arbeitsmarktdaten, die heute veröffentlicht wurden. Weil es hätte ja sein können, dass der Jerome Powell vorab Daten hat und mehr weiß, als ich zu diesem Zeitpunkt am Mittwoch. Und die schauen wir uns auch noch kurz an. Und die sind wirklich krass. Das ist hier dieser Bericht. Zum einen sind extrem viele neue Jobs geschaffen worden. Deutlich mehr als erwartet worden. Das heißt, der Arbeitsmarkt, der läuft immer noch ziemlich heiß. Und der Jerome Powell hat es eigentlich relativ locker alles hingenommen. Aber was für mich noch viel wichtiger ist, das sind ja die durchschnittlichen Stundenlöhne. Und die sind richtig stark gestiegen. Wer meine Videos ein bisschen verfolgt, das war ja schon in den letzten zwei Monaten eigentlich schon ein Problem, dass hier so eine Dynamik langsam eingetreten ist, dass die Stundenlöhne immer stärker steigen. Und hier sehen wir jetzt den durchschnittlichen Stundenlohn in den USA. Der liegt jetzt bei 34,55 Dollar und das ist eine Steigerung auf Monatsbasis von 0,6% und das ist richtig viel. Schon im letzten Monat waren es 0,4% und da davor waren es dann 0,3%. Ich habe das Ganze auch jetzt noch mal geplottet und wir sehen hier drei Kurven. Zum einen die Löhne, zum anderen die Kerninflation, also die CPI Kerninflationsrate und dann habe ich auch noch mal die Wohnungspreise mit reingenommen und zwar ab dem Zeitpunkt, wo die Inflation so richtig Dynamik aufgenommen hat. Und man sieht hier schon den Haken nach oben und das ist diese starke Steigerung von jetzt Dezember auf Januar mit 0,6% und ich verstehe überhaupt nicht der Jerome Paul, wo er hier jetzt sieht, dass die Lohnentwicklung wirklich auch zu ihrem 2% Ziel passt. Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich sehe das eher kritisch. Und zum anderen sieht man noch die Wohnpreise, die sind dann schon zurückgekommen, aber dadurch, dass die Zinsen so extrem gestiegen sind, sind die natürlich immer noch viel zu hoch. Wobei ich jetzt bei den Wohnpreisen mittlerweile der Meinung bin, dass die Federal Reserve das ganz genau weiß. Die nehmen das einfach in Kauf, dass dort gerade Inflationsdruck herrscht, weil die sagen sich einfach, wahrscheinlich gehen die Preise dann noch mal weiter runter und irgendwann wird es dann auch in ein Gleichgewicht kommen. Beziehungsweise wenn sie dann wirklich mal anfangen, die Zinsen zu senken, dann dreht sich das auch schnell. Das heißt, da sagen sie sich wahrscheinlich, wie gesagt, das habe ich so interpretiert, dass sie das jetzt einfach mal hinnehmen und lieber darauf schauen, dass die ganzen anderen Bereiche bezüglich der Inflation in die richtige Richtung dann laufen. Aber die Arbeitsmarktdaten, die fand ich dann schon ziemlich heftig heute. Und mein wahrscheinlichstes Szenario ist aktuell einfach higher for longer. Ich glaube nicht, dass wir so schnell Zinssenkungen sehen werden. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass der Aktienmarkt das relativ gut wegsteckt. Man hat es ja schon ein bisschen am Mittwoch gesehen. Die Zinssenkung wird dann einfach weiter geschoben und das kann man natürlich auch eine Weile treiben. Und wenn es dann irgendwann Juni ist, kann sich sowieso keiner mehr daran erinnern, was wir irgendwann jetzt hier im Februar alles gedacht haben. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass das Spiel jetzt so weitergehen wird. Es wird jetzt quasi von Notenbank und Notenbank Sitzung werden wohl die Zinssenkungen vor sich her geschoben und am Aktienmarkt sollte gar nicht so viel passieren. Das ist zumindest so meine Einschätzung. Also dass es jetzt eine große Korrektur gibt, die sehe aktuell nicht. Weil man muss auf der anderen Seite ja sagen, dass die Wirtschaft natürlich auch extrem gut läuft in den USA. Also auch das BIP-Wachstum im letzten Quartal in der USA lag ja bei 3,3%. Das hat ja auch keiner erwartet. Also insgesamt läuft es eigentlich schon relativ gut wirtschaftlich gesehen. Nur bezüglich der Inflation könnte es natürlich schon problematischer werden. Aber für die nächsten ein bis zwei Monate ist ja hier erstmal noch kein Problem. Ich bin dann aber auch wirklich gespannt, was der Grund dann sein wird für den ersten größeren Rücksitzer dieses Jahr. Weil aktuell jetzt rein aus der wirtschaftlichen Lage finde ich sieht es einfach ziemlich gut aus. Und wie schon erwähnt, der Markt reagiert relativ verhalten darauf, dass die Zinssenkung dann doch ein wenig später kommt und dann ist erstmal unproblematisch aus meiner Sicht. Ja und was mache ich jetzt mit den ganzen Informationen für mein eigenes Handeln? Da kann ich auch noch ein paar Informationen euch geben. Mein Depot besteht ja im Wesentlichen aus zwei Bereichen. Zum einen aus einem Trade-Teil und zum anderen aus einem Invest-Teil. Mein Trade-Teil besteht aber hauptsächlich aus Optionen. Also ich handel halt Optionen. Und da kann es halt immer mal passieren, dass einem Aktien angedient werden. Und diese Aktien, die halte ich dann für eine gewisse Zeit, wenn ich dann ein Turnaround erwarte. Und da hatte ich zuletzt vier Aktien im Depot. Und da hat sich tatsächlich schon was geändert. Ich habe P. Diddy verkauft. Nach diesem starken Abverkauf hier, das waren ja über acht Prozent, habe ich P. Diddy aus dem Depot geschmissen. Habe also meine Gewinne mitgenommen. Habe wirklich auch gut Geld mit P. Diddy verdient. Und gleichzeitig habe ich dann noch die Verluste bei Bilibili realisiert, weil ich auch nicht wirklich optimistisch bin für Bilibili. Wenn in China läuft es überhaupt nicht. Und Bilibili finanziert sich natürlich über Werbeeinnahmen. Und ich bin jetzt nicht wirklich optimistisch für den Quartalsbericht, der auch in vier Wochen dann kommen wird. Deshalb habe ich Bilibili auch verkauft. Und was ich dann noch weiter gehalten habe, ist Alibaba und Infineon. In meinem Invest-Teil hat sich natürlich gar nichts geändert. Weil da mache ich ja ein Buy-and-Hold-and-Check. Deshalb ändere ich da so gut wie nie was. PayPal steht bei mir auf der Verkaufsliste. Das hatte ich auch schon im letzten Video gesagt. Aber da habe ich natürlich noch nichts weiteres gemacht. Da kommen ja dann auch demnächst die neuen Quartalszahlen. Und ansonsten ist das gleich geblieben. Das heißt, es besteht aus Shopify, Roblox, PayPal, NVIDIA, Coinbase, Amazon und Airbnb. Bezüglich Optionen habe ich aber schon was gemacht. Da wollte ich ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Ich habe dann anfangs erst mal nur im deutschen Raum Optionen verkauft. Und zwar auf Adidas. Da gab es jetzt auch hier einen starken Rücksetzer. Das ist natürlich ideal für meine Strategie. Und Adidas hatte hier einen schlechten Ausblick veröffentlicht. Wobei der Markt das nicht geglaubt hat. Also der Markt geht davon aus, dass die Ergebnisse 2024 besser ausfallen werden, als das Management selber gesagt hat. Deshalb wurde das auch direkt wieder hochgekauft. Dann noch BASF habe ich Optionen verkauft. Auf DHL habe ich Optionen verkauft. Und dann auch noch weitere Optionen auf Infineon. Und dann sind jetzt neu hinzugekommen Lululemon. Das finde ich auch wirklich eine sehr gute Aktie. Habe ich im anderen Depot auch als Einzelaktien. Und da gab es im Zuge jetzt der Adidas Neuigkeiten eben auch hier einen starken Rücksetzer. Und auch das ist natürlich eine ideale Situation für meine Strategie. Die habe ich natürlich auch versucht dann hier auszunutzen. Dann nach den Zahlen habe ich Google Optionen verkauft. Da gab es auch einen schönen Rücksetzer. Wobei aus meiner Sicht die Zahlen auch ziemlich gut waren. Und deshalb habe ich hier auch Short Puts bei Google verkauft. Und zu guter Letzt dann noch Roblox. Da habe ich ja auch in meinem Invest Portfolio. Auch da habe ich Optionen verkauft. Das heißt, ich war schon ein bisschen aktiver. Weil insgesamt gehe ich einfach davon aus, dass wir keine Rezession oder sowas in der nächsten Zeit sehen werden. Und die Berichtssaison lief auch soweit ganz gut. Und deshalb bin ich da auch jetzt ein bisschen optimistischer dann schon wieder unterwegs. Und jetzt das FED-Meeting. Das kann ich zwar inhaltlich nur teilweise nachvollziehen. Aber die Marktreaktion hat mir dann auch schon gezeigt, dass der Markt eher nach oben will als nach unten. Und deshalb bin ich jetzt eher mal zumindest bis in den April hinein bullischer unterwegs. Das heißt, ich werde dann auch jetzt weiter versuchen, gute Chancen zu suchen während der Berichtssaison, wo ich Optionen verkaufen kann, um dann vielleicht den ein oder anderen Euro beziehungsweise Dollar zu verdienen. Das heißt, ich bin tendenziell eher optimistisch. Gerade auch wenn jetzt die Jobdaten nicht besonders positiv bezüglich der Inflation ausgefallen sind, glaube ich einfach, dass wir gerade eher in einer positiven Marktphase unterwegs sind. Also so gehe ich vor. Wie geht denn ihr vor? Schreibt doch das einfach mal in die Kommentare hinein. Wird mich sehr interessieren. Das soll es aber erst mal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.